Hallo, mein Name ist Jasmin. Ich arbeite seit neun Jahren in der ZPK Herne und habe meine Ausbildung zu zahnmedizinischen Fachangestellten in der Praxis abgeschlossen. Nach meiner Ausbildung bin ich in der ZPK Herne für den Bereich Verwaltung und Praxismanagement zuständig. Wir suchen aktuell eine Angestellte für den Bereich Rezeption im Gesundheitswesen. Wenn du höher qualifiziert bist, suchen wir auch eine Position für die zahnmedizinische Verwaltungsangestellte oder eine Praxismanagerin. Zu den Aufgabenbereichen zählen unter anderem die Rezeptionsarbeiten, die Abrechnung der ganzheitlichen Zahnmedizin, das Erstellen von Kostenvoranschlägen sowie Heil- und Kostenplänen und die Abrechnung von Privatrechnungen. Außerdem zählen zu deinen Aufgabenbereichen die allgemeinen Aufgaben des Praxismanagements. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.